Das war's für heute. Das war easy. Wow. Was würdest du dann an deinem Leben verändern? Das ist eine gute Frage. Au, au. Scheiße. Und der letzte, den du je sehen wirst. Oh, shit. Und damit herzlich willkommen zu Halo Infinite, der Kampagne. Okay. Wir werden da ein bisschen was angehören. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir ein Leck haben, die Tür aufmachen. Oh. Was passiert hier alles? Das ist der Wahnsinn. Und jetzt sing. Und jetzt sing. In der Kru. Schön, Gesun. Und jetzt du fehlst mir. Fehlst mir. Und hab dich lieb, Daddy. Und ja, cool. Sagst du, wir singen und singen. Wie lang ist er auf diesem Raumschiff? Es sieht kalt aus. Und hat er eine andere Augenfarbe? Das weiß ich jetzt nicht. Cool, wir werden gerettet. Den kennen wir doch. Das ist alles sehr mysteriös. Nicht wundern über die Qualität. Ich mach ein neues Projekt. Ich streame das Ganze. Und gebe das dann frei. Für euch, damit ihr euch das in volle Länge reinziehen könnt. Ich weiß nicht, ob der nur lebt. Ich versuche ihn zu umgehen. Okay. Falls Sie mich da drin hören. Ich hoffe, Sie sind bereit. Bitte nicht sterben. Bitte. Jetzt fällt schrumm. Sterben. Okay. Hey. Wer liebt. Ich sehe einen Fehler. auf der Kalibrierungsmatrix zumindest. Halte ich das für eine Kalibrierungsmatrix. Okay. Dem Licht folgen. Dem Licht folgen. Okay. Okay. Und jetzt runter. Ah, okay. Jetzt mal rechts. Fehlt nur noch links. Visierdaten und Motorik scheinen zu funktionieren. Aber es gibt wohl ein Problem mit den Servos in Ihren Händen. Bewegen Sie sie. Ganz ruhig. Sie waren eine ganze Weile da draußen. Irgendwo hier drin war doch was für eine Diagnose Ihrer Panzerung. KI nicht gefunden. Hey, 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 ganz ruhig, Großer. Sie sind Lagebericht. Lagebericht? Was? Sie sollten das hier sehen, Chief. Es gibt da so ein kleines Problem. Ich weiß auch nicht so ganz, wo ich hier bin. Ich habe mich verfahren. Ich bin eventuell in der falschen Kreuzung abgebogen. Wir haben nur. Für uns gibt es hier nichts mehr. Ich weiß nicht mal, wo hier ist. Was ist das denn? Nein. Nein, 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 nein. Nicht Sie. Nicht schon wieder. Wir müssen fliegen. Ich brauche eine Waffe. Eine Waffe? Mehr habe ich nicht. Das genügt. Easy. Die hauen wir um. Was haben Sie jetzt vor? Improvisieren. Tür schließen. Was auch sonst? Okay. Ich hoffe, da war nichts Wichtiges drin. Geil, so Weltraummissionen, ne? Die finde ich ja immer geil. Neue Mission. Kriegsschiff. Grabcon. Okay. Ich überlege gerade, den Controller anzuschließen, ob das Spiel nicht besser auf Controller ist. Aber. Sie haben eine Kugel gegen eine ganze Armee. Ich habe keine Ahnung. Was wollen Sie allein ausrichten? Es wird reichen. Hm. Sehe ich. Was passiert hier alles? Nein, nein, nein. Sie fahren den Stase-Strahl hoch. Oh yeah. Das nehmen wir doch gerne. Wir müssen was bei der Boom hier anstellen. Ich verschaffe uns Zeit. Okay, wir ziehen uns ran in die Safe Zone. Alles klar. Ich zock das Ganze übrigens auf dem PC. Scan. Durch Scan werden die aktiven Ziele Y. Ah, da oben. Ich habe vorher noch nie einen anderen Teil gezockt. Deswegen keine Ahnung. Warum ist das hier so offen? Warum kann man hier rein? Kann man das kaputt machen? Offiziere verbannten. Okay. Ich glaube, wir sind in Hangar 1. Da unten ist noch was. Da hinten ist aber noch was. Wie eliminieren. Hier ist doch keiner. Kontrollpunkt. What? Ah, ich glaube, wir müssen da hoch. Dann liegen am Ende alle Waffen. Hier liegt der. Was ist das denn? Kann ich boxen? Schläfte? Das klingt, als würde der schlafen. Okay. Der Typ ist nicht cool. Klasma-Pistole. Ich will doch einfach nur ein bisschen. Ja, schnauze, jung. Ich will doch nur ein bisschen was in Waffen- Muni hier mitnehmen. Hier ist schon voll. Betrug. Ist hier noch irgendwas Sinnvolles? Hier ist noch eine Waffe. Hier hinten liegt noch irgendwas rum. Oh, cool. Feuerstoß. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich will die kleinen Knöpse nicht abballern. Die können auch gar nichts. So asozial will ich jetzt eigentlich auch nicht sein. Greifhaken. Den Greifhaken hat man verschiedenen Haken. Ja, okay. Kennt man ja. Ist relativ selbsterklärend, würde ich mal behaupten. Also Spresse. Achso, neul. Oder so ein Schredder. So, wir mussten aber hinten hoch. Kann man da hoch? Ja, nice. Alter. Hat uns da einer gesehen? Hallo. Ich wollte euch eigentlich nicht töten. Plasma-Pistole. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Plasma-Pistole gar nicht so gut ist. Ich glaube, über Ihnen könnte es weitergehen. Jo, wir sind im Kommandos-Zentrum. Alter. Sind das jetzt unsere Feinde oder sind das einfach nur irgendwelche Leute, die wir gerade aus Versehen überfallen? Der grüne Mann ist hier. Okay. Ich kann hier Knöpfe drücken. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr, ähm, selber schon mal Halo gezockt habt. Würde mich interessieren. Oh. Endboss oder was? Oh. Den kennen wir doch. Junge, das ist eine Tür, Alter. Die geht von selber auf. Wir müssen dich kaputt machen. Scheiße. Direkt draufhalten. Er will uns boxen. Junge. Ist er down? Oh mein Gott, was steht da? Das sieht aus wie ein Boss. Alter, nee. Nicht. Uff. Ups, da habe ich mir eventuell selber Schaden gebracht. Upsi. Hallo? Ah, okay. Ist doch nur... Gott sei Dank ein Polo. Äh, hier ist ein Hologramm. Waffen. Rüstung. Nadelwerfer. Plasma, nee. Oh, kinetische Munition aber füllen. Ein Plasma-Werfer. Pass mal auf, wir nehmen doch einen Plasma-Werfer einfach mal mit. Nee, das ist kein Plasma-Werfer. Ah, okay, den muss man aufladen. Der sieht doch ganz cool aus. Los, Jungs. Alter, die machen ja gar keinen Schaden bei denen. Uuuh. Okay, vielleicht macht der Plasma mehr Schaden bei denen. Sein Wille. Sein Vergnächtnis. Den Typ müssen wir irgendwie killen. Ich kann sagen, dass ein bisschen was ruckelt. Das kann vielleicht sein. Weiß ich jetzt natürlich nicht. Wow, 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 wow. Okay. Oh, die halten ein bisschen was mehr aus. Können wir uns an den Rand ziehen? Nein, leider nicht. Wir beugen uns niemals. Und wir fliegen nicht vor weit. Wir stehen zusammen. Kämpfen zusammen. Geben unser Leben für unsere Liebensheit. So, mal gucken. Was uns hier erwartet. Oh, geil. Hier ist was fettes. Ein Impuls-Karabiner. Ja, das klingt doch fein. Oh, leih. Natürlich nehme ich mal eine geile Pistole mit. Bzw. Sturmgewehr. Wo müssen wir denn hin? Die andere Seite. Ist das eine Kamera? Nee. Kann ich fliegen? Nee. Alter, wie riesig ist das hier. Die haben Schilder. Wow, wo leih. Was ist das denn für ein geiles Gewehr? Okay, das kann überhitzen. Ich wüsste gerne, was ein Nack-Karabanger ist. Das wurde einem hier noch nicht so wirklich erklärt. Ah, F. Okay, was auch sonst. So, die haben nur so Billow-Waffen. Denken. Da kann man noch was aufladen. Kinetische Munition. Finde ich immer gut. Ein Aufzug. Ich würde sagen, den nehmen wir doch mal mit. Bitte hoch. Geil. Jo, also bis jetzt macht das eigentlich einen guten Eindruck. Mal schauen, was da noch so kommt. Vielleicht können wir ja noch irgendwie gegen Boss oder sowas fighten. Das hier scheint ja wohl noch so das Intro zu sein. Okay, hier kommen wir so ein Audio-Log. Oh nein. Oh, das Ende der Infinity habe ich freigeschaltet. Granaten. Ich will das Granat... Da. Neue Granaten. Wie kann ich ihn mitnehmen? Abmarsch. Ja, Sir. Feuer, Team Taurus. Wir treffen uns bei 8. Als ob hier hinter nichts versteckt ist. Wir sind unterwegs. Alle anderen zu uns. Wer sich noch auf der Infinity befindet, wir ging sich sofort zu den Rettungswurten. Windform 1. Einreiten unterwegs Richtung Halo 7. Oh, die halten schon mittlerweile gut was aus. Haha, Leute. Warum rennen die weg? Alarmieren die ihre Freunde oder fliehen die einfach nur weg? Oh, da hinten liegt noch was Fettes. Warte, wir müssen hinterher. Okay, sie werden wieder weg. Alter. Achso, das ist das ja, was ich hier habe, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Okay, das ist ein Dreierschuss. Der hat da auch aber ein bisschen was, ne? Ist halt Plasma. Und wenn man treffen würde... Kann hier keine... Ah. Oh Gott. Okay, so schmeißt man Granaten. Gut. Halloy. Was willst du denn? Ne, die haben noch keine Rüstung mehr hier. Guck mal, dann können wir kaputt boxen. Easy. Sehen aus wie Orks. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, lol. Als ob ich alle erwischt habe. Mega. Das war immer ein nicer Move. So, mal kurz ein bisschen was aufladen hier. Und weiter geht's. Jetzt habt ihr ja alle nix mitbekommen. Ach, da oben ist auch noch einer. Kann ich hier irgendwie hoch oder so? Ja, guck mal hier ist eine Treppe. Äh, benutze ich schon Treppen, wenn er einen Haken hat. Viel zu offensichtlich. Oh Gott, Granate. Ich glaube, wir haben ja gar keinen Lebensbalken, sondern diesen Schild. Und darunter kann sein, dass da der Lebensbalken ist. So, die haben wir. Alter, die stecken schon gut ein, ne? Hier liegt aber eine fette Knarre, sehe ich gerade. Was sind das Verfolgungsplasma-Dinger? Ja, lol. Was ist das denn für ein Teil? Plasma-Kanone. Ja, moin. Alles klar. Zum Glück ist da keiner dran. Ja, das sah aus wie ein Morgenstern. Kann ich die nicht nehmen? Schade. So richtig schön den Leuten auf die Schnauze geben. Wo müssen wir denn überhaupt? Da. Guten Tag. Ich lad mal kurz alles nach hier. Kontrollpunkt. Die Stunde naht. Schon bald werden die Verwandten den Sieg erringen. Alles klar. Hier wird keiner den Sieg erringen. Patriots, höre diese Worte. Über dieses Leben hinaus wird dein Wille geschehen. Der Typ ist ein bisschen was neben der Spur, oder? Der Typ ist ein durchaus normaler. Der Typ ist die B öğ to heart. Der Typ ist ein bisschen was bei mir steht. Ich hab gar keinen Bock, ey. Und dann komm ich. Na hier. Ja komm. Ich snap. Und weg mit dir. Und du. Und du kriegst noch einen. Und du kriegst noch einen. Und hier kriegt er nur eine Granate hinterhergeschmissen. Zack, Jungs. Weg mit euch. Oh, der ist stark überwaffnet. Alter. Ganz ruhig, Kollege. Oh, oh. Hat er 14 Nungen jetzt? Wie geil ist das denn? Oha. Bartz, Junge. Erledigt. Als ob das war. Als ob hier nichts mehr ist. Oh Gott. Fast runtergefallen. Ich mein, hab ich kein Problem mit. Ich würde auch gern so einen Morgenstern mitnehmen. Aber. Ja, dann deaktivieren wir erstmal das hier. Erfordert einen Hack. Mhm. Okay. Und können Sie das? Haha. Oh. So geht's auch, ne? Das Schiff zerstören. Mit uns an Bord. Ich werde hier drauf gehen. Easy. Das hab ich mir auch gedacht. Es verlaufen Kühlleitungen zu den Hauptanträgen. Ich mein, hier draußen gibt's ja nicht mehr viel, ne? Na gut, dann gehen wir mal hier rüber. Ah, guck mal, da sind noch ein paar Mates. Wo kommen die denn her? Was habt ihr sich jetzt die ganze Zeit versteckt haben? Oh, das war, glaub ich, eine Kühlleitung. Leih, ich hab keine Muni mehr. Ganz durch, Leute. Scheiße. Ich brauch Muni. Ich will die ungern in die Waffen hier loswerden. Ah, wir können hier nicht festhaken. Schade. Yo, jetzt haben wir Muni. Oh, der Typ ist aggressiv. Oh, das wär ja gut. Haha. So, Kühlmittelaggregate sind ausgefallen. Junge, was wird's eigentlich von mir? Geh weg. Huh. Ja, mal abwarten. Ich denk da eher, ich glaub da eher weniger dran. Aber, äh, gut. Let's go. Antrieb aktivieren. Oh Gott. Oder deaktivieren. Das sieht nicht gut aus. Der Master Chief. Der Master Chief kehrt zurück. Wir hielten dich tot, verloren in der Leere. Doch hier stehst du. Die Menschen nennen dich Erlöser. Die Allianz. Dämon. Die Verbanden. Beute. Hehehehehe. Genau. Zerstör das Chef, wenn du musst. Es ist uns gleich. Die Verbanden bringen dich zur Streiter. Jagen dich. Wohin du auffließt. Ja, Junge, komm da her. Ich geb dir auf die Schnauze. Gar kein Problem. Oh. Wir müssen laufen. Kennen Sie ihn? Ja gut. Ist natürlich schwierig, ne? Wir hatten einen fetten Fight gegen ihn. Aller Jungs. Ja, Junge, wir müssen weiter gehen. Wie, die Wachrunden müssen weiter gehen. Wo geht's denn hier raus? Jo, Junge. Alles klar. What the fuck? Was explodiert hier alles? Platz da. Jungs, lauft. Das bringt euch alles nichts. Junge, ich boxe dich weg. Okay. Oh, weiter. Oder die Dinger boxen sich weg. Da, er flieht. Schade, wir können uns nirgendwo festhalten. Okay. Was? Drücke, Q. Ach, das tut weh. Okay, ich muss hier hoch. Jungs, wir müssen hier hoch. Nee, wir müssen runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Was passiert hier alles? Boah, yo. Ich glaube, hier fällt ein bisschen was runter. Springen, Junge. Lauf, was das Zeug hält. Hier explodiert, glaube ich, gerade alles. Oh mein Gott. Fast in den Tod gesprungen. Oh, oh, oh. Wir hängen ein bisschen was schief. Als ob ich jetzt hier runtergefallen bin. Okay, wo muss ich? Da oben hin? Wie denn? Da komme ich noch nicht hoch. Ich muss mich hier hochkrempeln. Wie soll das funktionieren? Leute, das funktioniert so nicht. Ich glaube, ich muss sterben. Oder vielleicht kann ich ja... Doch. 60 Meter. Hat doch funktioniert. Das ist ja witzig. Springen, Junge. Du da. Lauf. Rettet sich, wer kann. Gegenüber all diese Morgensterne. Ich würde gerne mitnehmen. Die sind da ziel suchen, oder? Okay. Gut, hat sich dann auch erledigt. Ich boxe hier alle kaputt, Jungs. Rutschen, driften, was auch immer. Komm, wir haben es gleich geschafft. Fortschritt wird gespeichert. Das klingt schon mal gut. Oh, oh. Zieh hoch, Junge. Oh, nicht schon wieder. Jetzt sind wir schon wieder, Bader. Nein. Darf nicht wahr sein. Haben wir keinen Jetpack oder so? Das sieht schon übel aus. Nachricht wird erstellt. Position gefunden. Meister Chief 117. Chief, legen Sie nach. In hier. Das Ding hat ein kleines Leck. Der hilft auch keinem Gaffer-Tape mehr. Oder dann zerrtape. Komm. Willkommen zurück, Chief. Okay, verschwind mir. Zieh mich rein. Danke. Holy moly. Wir haben uns gerettet. Erst Kontakt. Halo Infinitive. Halo Infinitive. Eigentlich ist ein sehr cooles Spiel. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Ob ich dazu mal einen Stream machen soll. Beziehungsweise, was ihr von dieser Idee jetzt gehalten habt. Und, ich würde sagen, wir gucken uns noch ein bisschen was weiter an. Hm. Schade. Das ist ja belastend. Der Master Chief lebt. Patriarchs Versicherte, er sei tot. Ist das kein Grund für Zau? Nein. Ich bin von eurer Kraft durchstuhl. Du versprachst uns Rache. Die sehen ja alle gleich aus. Wer gefährdet das alles? Stellst du mich etwa in Frage? Patriarchs Vision. Patriarchs ist tot. Nicht vor der Allianz. Was ist das? Loll. Der ist ja unsichtbar. Der wird in Stand gesetzt. Bitte. Dann habt ihr eure Rache. Schwertträger. Folge dem Spartan. Unbemerkt. Ich will alles über ihn wissen. Das finde ich aber nicht gut. Das kann man aber schön vom Bleib bleiben. Verbindung zur Panzerung angefangen. Anne. Verschlüsselte Nachricht. Lesen. Entschlüsselungsvorgang. Entschlüsselung unmöglich. Träger. Ursprung lokalisieren. Triangulierung läuft. Triangulierung läuft. Das war's. Oder Chief? Wenn wir noch länger hierbleiben, kommen sie zurück. Sie werden uns finden und töten. Woher suchen sie da? Die Vereinstimmung. Signal lokalisiert. Wegpunkt geladen. Da ist nichts. Sie suchen an der falschen Stelle. Wir müssen nach Hause. Ne. Ne. Die Umgehung der manuellen Steuern. Tue es. Protopilot aktiviert. Halt! Was? Ist das ihr Ernst? Was wollen wir da unten? Die Verbanden wollen uns auslöschen. Uns alle. Ja und? Sagen wir sie etwa allein aufhalten? Jo. Das tut weh. Guter Junge. Ich sagte doch. Es ist aus. Wir brauchen Hilfe. Keine Heldentaten. Nein. Wir tun unsere Pflicht. Die Menschheit schützen. Um jeden Preis. Ich kann nicht der Einzige sein. Ich kann nicht der Einzige sein. Doch. Wir haben eine neue Mission. Welche? Was ist da unten? Eine Waffe. Eine Waffe? Wie viele Sachen haben wir sehen? Was ist da unten? Ich nehme die wieder in Sparten mit. Das ist eine Furtbachidee. Die kommen uns holen. Sie alle. Hey, was ist das denn? Hey, cool. Angreifer. Alle Richtungen. Da kommen sie runtergesprungen. Rückzug. Okay, okay. Leuch. Oh, okay. Das war doof. Das war richtig dumm. Sehr belastend. Okay. Ich würde aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. War ein super Stream. Beziehungsweise eigentlich für euch eine Aufnahme. Ich überlege mal, ob ich das nochmal machen werde. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.